. Ich frage mich, wo die Stuttgarter bleiben, ich frage mich, wo die Stuttgarter bleiben, die Hurensöhne. Greta! 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 Ich dachte, das war okay. Ich dachte, ich hätte das schon noch Besuch. Ich glaube, wir hätten diese Fahrt raus, die wir die zum Fahrt raus hatten. pretty cool! Okay, komm! Ja, haben wir das jetzt gar gefreut, also das ist schon? Hast du schon mal? Wir sind dran schub! Ja? Wann? Was ist denn? Das ist dran schub! Ja, aber dafür nur schub. Oh, ist das schon frei? Ja, Mittwoch, Montag, aber ich schon frei. Aber nicht alle. Das geht jetzt aber nicht. Mittwoch, die wir schon haben. Feiertag? Ja. Guck mal, ich kann nicht. Da war ich euch mal frei, denn ich bin. Ey! 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 Das heißt, Schaffmann ist auch wieder frei von der Arbeitsrückenzahl. Boah, Alter, das habt ihr alle frei. Ich bin in Urlaub. Ich bin bei der Arbeit. Ich muss auf jeden Fall schon länger arbeiten. Soll ich auch was sagen? Ist man fast jeden Tag bis halb sechs auf dem Betrieb. Ja, absolut. Ich bin auf halb sechs los. Ich bin auf sechs Uhr wieder. Ich bin auf sechs Uhr wieder. Schaffmann ist auf der Pause. Schaffmann ist auf der Pause. Wie lange hat die Pause? 45, auf 30. Über Sie es sind ja gar nicht. Auf der Pause. Ich bin auf gar nicht. Ich bin auf der Pause. Ich röpfe. Schaffmann. du? Hey! Du hast die Pause. Du hast die Pause. Ich hab drauf. Applaus Applaus Ja, ne, übernächster, jetzt im Montag, 20. Applaus Oh, gefällt dir? Ja, ne, übernächster, jetzt im Montag. 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 Ja, ihr sollt sponsorieren, das bin ich heute. Heute ist mir egal. Ja, ne, übernächster, jetzt im Montag. 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 Vielen Dank.